Folgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Auf folgendem Bild können wir eine Gruppe Jugendlicher sehen, die wahrscheinlich ihr Wochenende feiert. Darum Hintergrund ist, einen Spaziergänger zu sehen. Ist es wirklich ein Spaziergänger? Oder ist er Teil einer Verschwörung? Er schaut auffällig herüber. Ist es ein Zeichen von Beobachtung? Stehen diese Jugendlichen wirklich dauerhaft unter Beobachtung? Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Bis zum nächsten Mal.